Er hat wieder zugeschlagen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Ukulele gibt der Abwehrspieler des FC Bayern alles. Die Rede ist von Rafinha. Diesmal erfreut uns der Brasilianer via Twitter mit einem gefühlvollen Duett. Sein musikalisches Talent hat er ja schon mal bei Sport1 bewiesen. Bundesliga aktuell von Montag bis Freitag immer 18.30 Uhr auf Sport1.